die hallo leute ich bin es wieder zu kommen und amnesia und bei mir sind drei leute glaube ich der stark der starken abend selbst 3.000 ja und wer noch kündigst du die 50 ist draußen heute können die fücheln doch ich gehe es hier weiter das alte die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste er zu den alten Schneider Berke die Platz in London noch eine einsame Seele mehr er ließ das nicht vor ich lese nur diese kleinen Texte vor die dann schon stehen der Ladebildschirm kommt weil wir dann das Spiel ist eigentlich und ich habe kein Öl mehr okay ich bin jetzt in dieser riesigen Haupthalle hier Haupthalle ne es ist der Eingang Halle direkt Eingang Halle gut Eingang Halle wie sieht der aus Alexander ist es inside the castle in a manner of speaking bring the lamp you've been to the refinery have you not I don't believe I have is it connected to the what did you call it the Interceptor my most precious chamber Daniel and it lies well beyond the refinery in fact it lies beneath the very stone of Brennenberg D der Text ist vorbei seitdem auch da immer die Gründlichkeitsherrfahrung hier ist da ist möglich Zunderbüchse das ist ein Spiel. Ich finde es so geil in dem Spiel, dass man so je die Kraft machen kann. Also nicht so je die Kraft, aber das ist irgendwie so richtig cool. Ah, noch mal Iris. Roter Schleim. Ey, was ist hier, wo das liegt? Als ich mal alleine gespielt habe, also Amnesia, da bin ich über roten Schleim gegangen und auf einmal habe ich Schaden gekriegt. Das fand ich voll dumm. Ich kenne Amnesia nicht, sorry. Ach so. Ich gehe mal hier unten. Ich kenne dich schon, aber ich habe noch nie gezockt. Roter Schleim. Ich kann ihn nicht wegmachen. Ich kenne es an sich nicht. Aber ne. Ich habe bei Skype vergessen, mich auf der Stelle zu stellen. Oh. Ich habe gerade diese Skype-Anzeige... viele Unterdrücken. Frau schreit, Frau schreit, das ist nicht gut. Aua. Ist das ein Horrorspiel? Ja. Ein Horrorspiel. Nein. Ein Horrorspiel. Ich dachte ja, genau wie der beiden Konsulat in Konstantinopel. 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 Ja, hier kommt ein Konsulat in Konstantinopel. Er wird die Anlegung. Er wird die Dacent-Kammer auf. German Blinds. H2. Tusternipel. 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 mehr als wir wollen ich habe vor tun können wollen es ist die machen um ein Gott die große Licht die sich so gefahren die eine dunkle Räume was interessiert kann sie sind so dumm die Fall aber wir wissen die Schüsse ich bin der Fliege der Holländer dann hat mein Name ist nicht fliege hollander mein Name ist mit Köln zu starten mein Name ist Patrick Storch mein Halsjunk zu uns im Krieg steht ob ich jetzt ein Schreibtisch darf ich habe jetzt 32 Abonnenten Sonderbüchse, yay. Ey, das war ich glaub ich, war da 32 Abonnent. Ja, noch mehr. Ich weiß. So, nix drinne. Ähm, okay. Hier ist auch, ne? Oder ist da was? Nein, da ist nix. Da geh ich später rein, und jetzt ist man hier lang. Ich hab den Ton auf der Leisten lautgestellt. Nö, nein, ich hab den Ton auf der Leisten lautstärke. Ja, ich weiß, der ist voll scheiße. Das kommt wegen dem Mikrofon, weil mein Mikrofon nicht so laut ist. So, ich hör sogar die Schritte. Vielleicht bin ich in den Leuten drin. Sonderbüchse, ja, ich hab mal neues Headset zulegen. Aber ich bin zu froh, dass ich meine Stadt so mache. Ich hab's nicht dazu gehört. Das ist der einzige Grund. Und dann, wenn ich mich damit auskennen, zwar sonst ich ihn einfach in die Stadt geschickt, aber er kennt sich da nicht aus. Ich spiele gleich mit Canty, Neul. Ich hab's auch gern. Das ist wirklich geil, Spieß. Ich hab's noch nicht. Ja, scheiße. Na, ich hab's noch nicht. gleiche Eure hat also das Spiel das ist nicht das in der Schule wir können dich ja nicht alleine lassen so ein dunklen gruseligen Schloss das ist nämlich 8 die Kruppe das ist ja nicht die Städte die Städte das hat mich über sich erst ab ich weiß nicht die 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 genau ab die Bekämpfung eine Art Organismus eine Orge aus Anruf eine Art Orgas Brugas er ist am Offenstein sicher was wollte dann hören Mauern Mauern das war was wollte er die Lager das Geld hat jemand geschrieben wo ist die Justus und sie sind die die Städte gruselige Schreckengeräusche das macht mir ganz voll die Justus ich habe Angst auch der Gegner nach Justus habe ich ja nicht aber wenn man das so betont und hat sich vertraut und vor der Decke ich habe nur ein Blütsch Städte auch in den Weg dass es noch nicht sein er und jetzt werde ich angerufen O-O-O-O-O-O-N-E als aufgrund ich bin das ist tot das ist was war auch so ich bin mit dem Kopf gegen ein Kronleuchter gestoßen Hatschicht Arshaar hat das die Verfahrt aus Schadens das kann ja auch Röhr das ist eine geistige Schmied Röhr die Lachen der Ziener auf ich werde doch mal drüber hinaus der Fahrt kommt mit der Sprengest der Berliner Gegründer nicht aber da spielt gerade jemand richtig laut Klavier auch so kommt der Dänel der stöhnt gerade so richtig laut und und die Nachricht ich natürlich auch nicht lesen werde und dieser Daniel hat sich schon wieder abgepackt voll der Spacken ich hoffe das 1889 After the problem of unforgiving stone wall for what seemed like a trinity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closed to the blue light. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirited me away. I looked at Indian memories of spiraling towers, endless deserts and impossible geometry. OOOOH! A Trigger! OOOOH! 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 What the hell is that? What the hell is that? I'm in the middle of the sky. What the hell is that? I have found justice in Minecraft. Justus? I have found justice in Minecraft. Justus? I mean justice in Minecraft. Justus? You have to do something with your hand. Justus? 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 beauxblickis? You have to be swift. Schauen wir, wie das funktioniert. Okay, leichte Kopfschmerzen. Hörst du das? Wenn es stoppt, dann musst du wieder anfangen. Ist das alles nicht exzessiv? Du kannst dann nie zu kasselig sein. Ich kann noch so zwei Minuten aufnehmen. Zwei Minuten! Ich werde nicht mal längere Videos uploaden können. Längere Videos! Ja, das wäre doch voll geil. Ich schlage jetzt mit mir. Hey, in Likos Legends gibt es neue Freecharts. Likos Legends! Oh Gott, ich bin wie starke, ey. Den Tag les ich jetzt noch. So, noch einmal Öl nachfüllen. Dann bist du jetzt nämlich... Ey, ich... Ich bin jetzt wieder mit County. Also, ihr könnt nur die ganze Zeit weiter spielen. Ah, ja, tschüss. Sonst kommst du nicht in die Kanalbeschreibung, keiner abonniert dich. Doch. Welche Kanal schon? War mir jetzt die Hälfte des Videos drinnen, man? So, jetzt sind die Zählungstreiter aus. Aber egal, Leute, ich werde jetzt hier die Part werden. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Haut rein! Sag tschüss, Leute! Tschüss! Tschüss! Egal, jetzt tschüssi!